Ich weiß gar nicht, ob 35 mm okay sind zum vloggen. Moin erstmal, ich bin's Dennis. Wir befinden uns gerade auf meinem Dachboden. Der Dachboden für kreative Menschen. Ich nenne ihn auch gerne Bodenart. Guckt mal unter bodenart-meatlocation bei Instagram. Mikrofon ist leider Gottes alle. Das was ich nehmen wollte, jetzt habe ich halt ein anderes drauf. Das heißt, ich werde noch ein bisschen nachvertonen müssen, aber hey, ihr bekommt einen Eindruck, was ich euch zeigen will. Wir machen mal hier weiter. Hier haben wir unsere Vintage-Checke im coolen Fonderschrank. Das Radio funktioniert sogar. Oder hier so ein bisschen. Atmosphäre. Alles was ihr hier seht ist original aus den 60ern und das ist eine kleine, wir nennen es mal Wohnzimmer-Radio-Fono-Ecke. Ihr könnt euch hier halt wirklich austoben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch Sachen verschieben oder ihr könnt auch Sachen umbauen. Alles kein Problem. Die Deko ist da. Es ist alles da. So, jetzt gehen wir hier auf die Freifläche. Das ist eine Stufe höher. Hier haben wir einen Leiter. Wir haben sehr hohe Decken. Die Ecke da hinten zum Beispiel wurde letztens von Vanessa und Lisa genutzt für ein Hexenshooting. Das sah auch ganz geil aus. Ich habe jetzt noch heute, also Entschuldigung, für die Unordnung ist das spontan. Ich habe jetzt das Sofa noch hochgestellt. Hier haben wir auch Tageslicht. Ich habe jetzt gerade nur einen kleinen Lampenschirm aufgestellt, damit ein bisschen Lichter ist. Hier haben wir unsere Ecke für kreative Porträts durch die Zeitungswand und den Hocker. Ist auch am Start. Hier noch eine Badewanne. Die steht in Hose. Die könnt ihr auch nutzen, wie ihr wollt. Und das ganz coole ist, wir haben einen Einkaufswagen, eine gefließte Ecke, finale Fliesen aus den 60ern, Spiegel, Waschbecken, das kommt alles noch dran. Es ist noch nicht ganz fertig, aber man kann damit schon kreativ werden. Also, ich weiß nicht, sieht man mich da hin? Na, wahrscheinlich nicht. Also, ihr seht selber, man hat auf jeden Fall so einige Möglichkeiten, hier kreativ zu werden. Sei es nur von der Zeitungswand. Ich kann euch da mal ein Bild einblenden. Hier. Oder das. Oder generell, ich zeige euch mal ein paar Beispielbilder, die ich jetzt gemacht habe mit der Uni von UniCats. Ich verlinke auch ihren Kanal. Sie ist Twitch-Streamerin. Sie hat sich bereits erklärt gehabt, dass wir hier Fotos machen. Die kann ich euch gerne mal zeigen, damit ihr mal seht, was möglich ist. Also, wie man sieht, es ist viel passiert. Es ist noch nicht alles komplett fertig. Also, eigentlich schon fertig. Zum Fotografieren ist es fertig, ne? Also, ihr könnt euch hier austoben. So ist es nicht. Aber ich habe noch ein paar Pläne. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich noch gerne umsetzen möchte. Dazu kommt noch ein bisschen was weg und kommt ein bisschen was dazu. Aber jetzt erstmal, ich sag mal zur Übersicht, damit man sieht, es geht weiter. Ein kleiner Vlog. Und ich haue jetzt noch ein paar Cinematics rein und dann bis dann. Okay. 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 Okay.